Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video soll es mal um die Mieteinnahmen gehen, mit denen ihr rechnen könnt oder könntet, wenn ihr so ein eigenes privates Wohnmobil vermietet. Was ist da möglich an Einnahmen, was kann man pro Vermietung bekommen? Wir schauen es uns im Video genauer an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass ihr dabei müsst. Jetzt schauen wir erstmal auf die grundsätzlichen Themen, die ihr beachten müsstet, wenn ihr die Kalkulation machen wollt. Wenn ihr Geräusche hören solltet, bei mir draußen wird gebaut irgendwie, kann das nicht beeinflussen. Also wenn ihr was hört, sorry, ist nicht zu ändern jetzt im Moment. Okay, grundsätzlich müsst ihr erstmal, bevor ihr anfangt zu rechnen und Zahlen habt, müsst ihr erstmal schauen auf verschiedene grundsätzliche Themen, nämlich zum Beispiel die Region, in der ihr vermietet, also euer Standort, wo euer Mobil steht und startet. Das hat nicht zwingend was mit der finanziellen Situation in der Region zu tun, sondern mehr mit dem Routen, mit dem Routenstarter, der Routenplanung der Leute. Es kommt relativ oft vor in der Praxis, dass Leute das Mobil auf dem Weg in den Urlaub einsammeln. Nicht alle starten in neuer Region oder kommen aus der Region. Einige schon, aber nicht alle. Und da ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob man an einer Stelle sitzt, wo Leute eh lang fahren. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ob man jetzt an der Küste ist oder ob man vielleicht in Bayern ist, wo viele dann sagen, ja wir wollen jetzt in die Alpen, wir wollen nach Österreich oder wie auch immer. Denn es ist natürlich auch ziemlich logisch, aus Kundensicht, eine gewisse Route mit dem Privatauto erstmal zu machen. Man ist schneller und hat erstmal keine Mietkosten für die Zeit. Und Spritkosten sind natürlich auch geringer, wie bei so einem riesen Mobil, mit dem man rumfährt. Und dann fahren die erstmal ein Stück, lassen ihr Auto bei dem Mietmobil stehen, also bei euch, und laden um und fahren dann an einer Stelle los, wo es für die dann sinnvoller ist. Weil ihr wisst, selber mit dem Mobil ist man einiges langsamer. Und dann entstehen dann auf der Tour irgendwelche Zwischenrasten, sag ich mal, oder Campingaktionen, wo die Kunden dann vielleicht sagen, ja das machen wir jetzt nur, damit wir weiterkommen, aber wir wollen eigentlich ans Ziel. Also von daher, die Region ist natürlich da auch ausschlaggebend. Da kommt jetzt der nächste Punkt, Region. Wie kriegt ihr das dann raus? Ganz wichtig ist, beschäftigt euch mit eurer regionalen Konkurrenz. Ihr kriegt den Preis ja nicht raus über Schätzen oder Pauschal gucken oder was, oder eine Anfrage an irgendjemanden. Bei jedem ist das unterschiedlich. Ihr müsst gucken, was wird in eurer Region mit eurem Mobil die Konkurrenz, was bieten die an. Und es bringt ja nichts, wenn ihr da immer drüber seid, dann werdet ihr nicht gebucht oder zu selten gebucht. Und da müsst ihr schauen, was kann ich da nehmen, was kann ich da anbieten und passt das zu meiner Kalkulation, macht das Sinn. Es geht ja hier darum, auch im Vorfeld zu schauen. Auch die Leute, die jetzt schon vermieten. Guckt euch eure Region an, guckt euch eure Konkurrenz an, guckt euch die sehr ähnlichen Mobile an, was die so machen. Und da könnt ihr dann mit den Preisen ganz anders spielen. Denn auch, kommen wir gleich dazu, kalendertechnisch. Manche vernachlässigen das Thema, wann welche Preise eingestellt werden sollten. Und da habt ihr einen riesen Vorteil. Denn wenn die das nicht richtig machen, dann haben die vielleicht zu einer Zeit einen zu hohen Preis drin, was nicht passt. Ich nenne das mal zum Beispiel eine Nebensaison oder so. Wenn der Preis dann da zu hoch ist, weil die das pauschal machen, dann ist das eure Chance da zu sagen, nee, in der Region nehmen wir weniger. Und dann seid ihr natürlich in der Liste da besser von der Kalkulation platziert und dann kriegt ihr vielleicht da den Kunden. Also Kalender von anderen und Konkurrenz immer ein Auge behalten, was machen die so. Ja, dann ein ganz wichtiges Thema, die Bundesländer in der Nähe. Es hat natürlich nicht jeder das Glück wie ich, dass drei Bundesländer aufeinanderhängen. Aber schaut euch eure Bundesländer an in der Nähe. Denn im gewissen Umkreis schauen die Kunden ja eh. Denen ist ja egal, ob das Mobil aus Bayern kommt oder aus Hessen oder aus Thüringen. Die gucken jetzt von mir aus im Umkreis von 50 Kilometer. Beispiel. Wenn die nicht gerade auf so eine Routenaktion machen. Wenn die sagen, wir müssen jetzt hier ein Mobil holen, das holen wir uns her, wir laden ein, am nächsten Morgen fahren wir los. Dann sagen die vielleicht, ja gut, bis 50 Kilometer sammeln wir das ein. Und dann seid ihr vielleicht auch über so eine Bundeslandgrenze hinaus mit im Pool. Und deswegen solltet ihr euch bei denen, Bundesländern, auch die Ferienzeiten anschauen. Denn diese Ferienzeiten, die sind ja ganz wichtige Zeiten. Denn da ist natürlich, kommt ein bisschen aufs Mobil auch an, aber mobile, die für Familien geeignet sind, die sind natürlich da viel mehr gefragt und man kann auch höhere Preise nehmen. Ist klar, es ist dann die absolute Hauptsaison. Und da solltet ihr schauen, da habt ihr vielleicht in eurem Bundesland gar keine Ferien mehr. Ja, würdet rein theoretisch den Preis schon wieder verändern, aber das Bundesland nimmt an, hat noch Ferien. Und deswegen könnt ihr den Preis vielleicht noch lassen, weil ihr immer noch interessant seid. Oder immer noch mit den Beobachtungen seid. Der bietet euch vielleicht sowieso, der Kunde. Aber ihr hättet vielleicht für die Zeit auch da einen ganz anderen Preis nehmen können. Es soll ja auch wirtschaftlich sein. Und der Kunde hätte euch trotzdem genommen, weil die Konkurrenz eben dementsprechend auch teuer ist. Also regionale Konkurrenz. Dann ganz wichtig für die Preise, für die Kalkulationen, der Aufbau des Mobils. Ihr müsst natürlich genau bei der Konkurrenz auch nach demselben Aufbau schauen. Denn die Mobile haben unterschiedliche Preise. Natürlich sind in den Ferien so ein Alkofenmobil, wie ich habe, interessanter. Und vielleicht außerhalb der Ferien sind vielleicht so Teile integriert oder vielleicht sogar Bullys interessanter für die Kunden. Das habe ich jetzt keine Zahlen zu. Wird sicher noch mal ein Video zu kommen, welches Mobil wann am interessantesten ist und für wen. Aber natürlich muss man mal ein bisschen gucken, welche Kunden wollen wann welches Mobil. Und ihr solltet natürlich auch im Vorfeld euch überlegen, wenn ihr so ein Mobil euch anschafft oder kauft oder bestellt oder was oder sucht, welches Mobil brauchen wir. Und welches Mobil ist für uns für die Vermietung interessant. Das muss natürlich vorher geplant sein, weil ich sage mal, wenn man jetzt nur zwei Schlafplätze hat und die nächsten zwei sind sehr umständlich, dann kann man natürlich mit Familien, dann ist man da vielleicht nicht so dabei. Weil viele wollen es praktisch und sagen, wir wollen nicht groß umbauen. Oder wenn das Bett unten ist, kann ich nicht mehr da sitzen. Denn mein Mann sitzt immer länger da zum Beispiel. Solche Themen. So, dann natürlich Verfügbarkeit. Also da müsst ihr auch für euch schauen. Seid ihr eine Familie, die in den Ferien das Mobil viel selbst braucht. Oder wegen der Schule. Oder seid ihr ein Paar, ob das jetzt ein Paar ohne Kinder ist oder Rentner oder was die Kinder aus dem Haus. Für euch ist es natürlich dann viel interessanter zu sagen, wir brauchen es außerhalb nur. Wir sind nicht abhängig. In den Ferien kann das raus. Und da könnt ihr natürlich dann ganz anders kalkulieren. Denn ihr könnt eigentlich rein theoretisch die ganzen Ferien das Mobil anbieten. Könnt Top-Preise nehmen. Habt eine hohe Nachfrage. Und werdet so auf jeden Fall mehr vermieten. Also Leute, die nicht in den Ferien losfahren müssen, werden über das Jahr auf jeden Fall insgesamt dann mehr vermieten können. Wie Leute, die in den Ferien selber weg wollen. Und dann müsst ihr schauen, wie viele Wochen wollen wir in den Ferien weg. In den Ferien. Osterferien. Sommerferien. Herbst. Und auch wollt ihr im Winter weg oder nicht. Und dann müsst ihr gucken, wie viele Wochen ihr da für euch blockt. In der Kalkulation schon. Ja, vier Wochen im Jahr waren wir selber weg. So, die vier Wochen müsst ihr dann kalkulieren. Wir schauen uns gleich noch die Zahlen näher an. Ich habe es nämlich schon mal kalkuliert. So, dann Fahrzeugalter. Auch ein wichtiges Thema. Die Kunden gucken natürlich, ist das Fahrzeug erst ein Jahr alt oder neu oder zwei Jahre alt. Oder ist es vielleicht schon 20 Jahre alt. Das hat nicht nur mit Optik zu tun oder was. Oder mit der Anmutung. Sondern Kunden applizieren da natürlich gewisse Sicherheit und gewisse Ausstattung und gewisse Zuverlässigkeit hinein. Das muss nicht so sein. Kann aber sein. Natürlich sind neuere Mobile sehr wahrscheinlicher mit Klimaanlage. Klimaanlage ist auch, denke ich mal, ein wichtiges Thema. Ich meine jetzt nur alleine mal die Fahrer aus Klimaanlage. Wenn natürlich ihr im Wohnraum noch Klima habt. Super. Top. Schön kommunizieren auch. Aber das macht natürlich Unterschiede. Also ihr könnt ja natürlich für ein neues Mobile einen anderen Preis nehmen. Das ist ja logisch. Dann müsst ihr entscheiden, soll es im Winter genutzt werden. Muss es winterfest sein. Auch bei der Suche. Oder wenn ihr eins habt, dann müsst ihr gucken. Ne, wir bieten es im Winter nicht an, weil wir haben es im Winter abgemeldet. Steht irgendwo in der Scheune. Oder ihr sagt von vornherein, ja wir wollen Winter auch los. Es ist eh winterfertig. Es ist eh komplett für Winter ausgestattet. Dann könnt ihr im Winter auch kalkulieren, mit welchen Zahlen schauen wir gleich mal. Aber grundsätzlich ist eben von vornherein zu entscheiden, wenn man es vielleicht sucht oder kauft oder bestellt. Soll es denn einen isolierten Abwassertank haben, was nicht immer ausreichend ist. Ja, ist ja klar. Wenn es da 10 Grad Minus sind, dann, ne. Und soll es vielleicht einen beheizten Abwassertank haben. Was ist mit dem Doppelboden und so weiter und so fort. Außerdem müsst ihr beachten, bei so einer Winterkalkulation oder Wintervermietung, die Kosten sind andere. Ist natürlich abhängig davon, ob ihr das eh privat im Winter auch benutzt. Dann habt ihr natürlich Sachen wie Versicherung, Steuern und Ausstattung eh. Aber wenn ihr das jetzt wegen der Vermietung dann vielleicht im Winter kalkulieren wollt, dann müsst ihr beachten, ja, Versicherung, Steuern, die kommen dazu, die werden mehr, weil ihr vielleicht jetzt dadurch die Wintersaison auch das Mobil angemeldet habt. Was ansonsten vielleicht nur saisonal angemeldet ist und im Winter in der Scheune steht. Außerdem natürlich braucht ihr Schneeketten, ihr braucht Allwetterreifen, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, Allwetterreifentest. Und vielleicht irgendwelche Abdeckungen oder Schutzplan. Außerdem ist natürlich der Gasverbrauch zu beachten. Denn, ihr wisst selber, normalerweise verbrauchen die Mobile relativ wenig Gas. Aber im Winter kann da schon mal richtig was durchgehen. Und wenn da ihr Kunden habt, wir müssen 10 Grad Minus und die fahren in Skiurlaub, was natürlich dann im Winter interessant ist für viele, direkt an der Piste, an dem Campingplatz an der Piste mit dem Mobil oder eben irgendwo Parkplatz. Und dann können die sich immobil aufwärmen und so während des Skifahrens. Das ist natürlich eine interessante Zielgruppe. Aber da geht natürlich Gas durch. Und wenn dann so zwei oder drei Flaschen, also 40 oder 60 Euro jetzt mal als Beispiel Gas, in der Woche verbraucht werden und ihr die über so eine Plattform kostenlos mitgebt oder eben erstattet oder was, dann kann das schon einen großen Unterschied machen. Und das muss eben kalkuliert werden. Nicht, dass es dann im Endeffekt keinen Sinn mehr macht. Und welche Zahlen da nun rauskommen, Sommer, Winter und abhängig, ob ihr in Ferien rausgebt oder nicht, Familie oder nicht, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Als nächstes müsst ihr natürlich schauen und von vornherein kalkulieren, mit wie viel Vermietung kann man denn so übers Jahr rechnen. Wie viel kommt denn da so? Und das ist bei jedem natürlich unterschiedlich, weil ihr habt eben gesehen, welche grundsätzlichen Sachen dafür ausschlaggebend sind, wie viel ihr vermietet. Also das geht schon allein mit dem Preis los und der Art des Mobils. Ich kann mal sagen, wie ihr schon mal in die Richtung kommt, was ihr kalkulieren könnt. Also ganz klar, ein Jahr hat ungefähr, ich glaube, zwölf Wochen Ferien. So, da müsst ihr schon mal mit rechnen. Denn Ferien sind unheimlich hoch nachgefragte Zeiten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, braucht ihr die Ferien selbst? Habt ihr Kinder, die schulpflichtig sind? Ja, oder nicht? Ja, und da könnt ihr schon mal, das ist eine ganz andere Kalkulation, Leute, die in Ferien rausgeben können, die können es natürlich über den Preis und über die Fotos und über die Infos und alles und über die Ausstattung, was da alles so reinspielt, schaffen, das Mobil vielleicht sogar zehn Wochen rauszugeben. Nur allein in den Ferien, weil zwölf sind da, hier und da ist eine Lücke, ist klar. Habt ihr auch schon in einem anderen Video mal erklärt, dass ihr nicht Step by Step, Tag für, also Woche für Woche vermieten sollt, sondern euch da ein bisschen Sicherheit einbaut. Aber vielleicht zehn Wochen möglich insgesamt. Währenddessen eine Familie, die vielleicht selber fünf Wochen in den Ferien weg will, also im April, im Herbst und im Sommer drei Wochen, die haben dann vielleicht Ferienzeit nur fünf Wochen oder sechs. Das ist schon mal der riesen Unterschied. Dann auch Winter, macht ihr im Winter oder nicht? Ich habe jetzt mal nachgeschaut, im April, im Sommer und im Herbst, die Ferien sind zehn Ferienwochen. Also das ist auch mal ein Unterschied schon mal, wenn ihr sagt, nee, Wintersaison ist bei mir überhaupt nicht, mein Mobil ist im Winter in der Scheune, dann habt ihr natürlich von diesen Ferienzeiten nicht zwölf, sondern zehn. Und wenn ihr dann selber im April und im Sommer und im Herbst weg wollt, dann sind das dann vielleicht nur noch drei Wochen, die ihr anbieten könnt. Ihr wollt vielleicht im Herbst eine Woche selbst, zur Osterzeit, im April eine Woche selbst und im Sommerferien drei Wochen. So, dann sind es vielleicht nur noch fünf oder vier oder was, die ihr wirklich noch tatsächlich ausgeben könnt, wenn ihr die Ferien selber braucht. Also Ferienzeiten sind schon mal so ein wichtiger Anhaltspunkt, der einen riesen Unterschied macht, wo ihr schon mal ganz pauschal kalkulieren könnt. Und wie die Zahlen noch genauer aussehen, schauen wir uns jetzt an. Jetzt möchte ich mal ein bisschen auf ein paar Zahlen eingehen. Und zwar nenne ich mal ein paar Zahlen, die ich so standardisiert so nehme. Das kann sich immer noch verändern, aber standardisiert pro Nacht, pro Mietung und für welche Zeit. Also Sommerzeit, beziehungsweise kann man schon sagen eher die Ferienzeit. Da nehme ich 129 Euro. Das ist so der normale Wert, den ich so ansetze. Da bleiben 80 Euro übrig an Auszahlung, die ich bekomme. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Ganz interessant, was wirklich an Versicherung und Provisionen und so weiter runtergeht, bevor ihr die Auszahlung bekommt. Also das, was ihr dort bei Paul Kemper oder wo auch immer angebt, das kriegt ihr ja nicht zwingend. Also 129 Euro die Nacht, 80 Euro Auszahlung. Das ist dann natürlich April, also Osterferien, Sommerferien, Herbstferien. Winter ist immer noch so eine andere Sache, aber natürlich über Weihnachten und Ostern, über Weihnachten und Silvester ist natürlich noch eine interessante Geschichte. Aber dann müsst ihr in eurer Region gucken, was die anderen nehmen. Wenn die anderen schlecht kalkulieren und komische schlechte Werte nehmen, die billig sind, dann ist es für euch vielleicht schon die Frage, ob ihr da überhaupt anbietet in dem Moment, in der Saison, weil ihr müsstet mir den Preis mithalten und der Preis ist vielleicht so schlecht kalkuliert, dass es gar keinen Sinn mehr macht. Also die anderen gehen dann irgendwann baden oder machen Minusgeschäft, aber das müsst ihr ja nicht mitmachen. Dann Wintersaison, ca. 90 Euro, da bleiben 55 Euro übrig. Übrig ist aber jetzt nicht in den Ferienzeiten oder Weihnachten, Silvester, da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr nehmen. Nebensaison 109 Euro, da bleiben 68 Euro übrig. Nebensaison, damit ist gemeint hier Mai, Juni, September außerhalb der Ferien. Und ganz wichtig, wenn ihr die Ferien kalkuliert, also die 129 Euro hier, schaut nicht nur auf euer Bundesland, sondern schaut auch, wie schon erwähnt, auf die Nachbarbundesländer, die vielleicht bei euch in der Nähe sind, wo die Kunden die potenziellen Mieter auch bei euch noch mitschauen oder euch noch mit dem Radius haben. Und ganz wichtig, ich mache mal ein Bildchen rein. Ich gestalte meinen Kalender nicht so pauschal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie es heißt, ich mache mal ein Bildchen rein. Aber ich nehme diese Variante, wo ich selber komplett frei bestimmen kann, welche Wochen und welche Tage welche Preise bekommen. Denn ich, Paul Kemper, kann ja nicht von vornherein wissen, welches Bundesland ich bin und wann meine Saison ist, also meine Ferienzeiten. Für mich ist Saison eigentlich die Ferienzeit, die Hauptsaison. Oder da, wo ich am meisten nehmen kann. Und deswegen gestalte ich das komplett frei, mache die Ferien natürlich zu einem anderen Preis und auch die Ferien der Nachbarländer zu einem anderen Preis. So mache ich das. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen näher an. Ich habe mal ein paar Kalkulationsbeispiele hier berechnet, anhand denen ihr eventuell für euch auch mal kalkulieren könnt und durchrechnen könnt, wie stellen wir uns das denn vor, was wird denn da rauskommen. Und zwar habe ich jetzt mal berechnet, eine Familie, die selbst nutzt, also in den Ferien auch, die abhängig sind von den Ferienzeiten, die gibt zum Beispiel raus, einmal im April, das sind immer Wochen, eine Woche April, drei Wochen im Sommer, Sommerferien, eine Woche in den Herbstferien und dann ist möglich die ganze Nebensaison natürlich. Hintergrund ist natürlich eine Woche im April, ihr fahrt eine Woche selbst weg, eine Woche gibt ihr raus. Herbstferien auch, ihr fahrt eine Woche selbst, eine gibt ihr raus. Wenn ihr sagt, wir fahren da zwei Wochen weg, weil wir wollen nicht, wir wollen die ganzen Ferien weg, dann müsst ihr das natürlich berücksichtigen, dann fällt das da auch schon mal komplett raus. Aber in dem Beispiel nehme ich jetzt mal eine Woche April, eine Woche Mai, eine Woche Juni, eine Juni, zwei August. Juli und August sind drei Wochen Ferien, drei Wochen fahrt ihr selbst, eine September, eine Oktober, das sind insgesamt acht Wochen, 49 Nächte. Baukämper berechnet ja die Nächte. Und das auch nochmal zu berücksichtigen, habe ich hier auch berücksichtigt, wenn ihr eine Woche rausgebt, sind das natürlich sechs Nächte und wenn ihr zwei Wochen am Stück rausgebt, sind es 13 Nächte. Das heißt, ihr habt dann eine Nacht mehr, wie wenn ihr immer so einzeln rausgebt. Also es ist immer interessanter, einen längeren Zeitraum im Mobil wegzugeben wie in den kürzeren. Es ist ganz einfach effektiver, auch vom Aufwand und alles, Kalkulation. Ich mache hier mal ein Video dazu, wie ihr die ganze Geschichte auch effektivieren könnt und eure Einnahmen erhöhen könnt. So, jetzt nochmal die Info, Wintersaison, was ist da denn möglich? Nur für die, die es vielleicht in Betracht ziehen. Da habe ich jetzt mal genommen, eine Woche Dezember, eine Woche Januar, eine Februar. Und zwar, die Woche Dezember, die ist nicht in den Ferien, sondern die ist vielleicht Anfang Dezember. Die kann auch im November sein, das ist ja dieselbe Saison. Und die eine Woche Januar ist auch, von mir aus Ende Januar, nicht Anfang Januar, wo ja noch Ferien sind. Denn sehr wahrscheinlich, wenn ihr die Wintersaison mitmacht und euer Mobil bereit ist und ihr selbst im Winter los wollt, dann ist es natürlich so, dass ihr aber sehr wahrscheinlich in den Ferienzeiten selber wegfahrt. Ob ihr Ski fahrt oder wie auch immer, einfach nur zum Schnee wollt, deswegen habe ich die nicht mit reingenommen. Und eine Woche Februar, klar, das sind ja auch Skifahrer alles. Dann sind das 18 Nächte, die könntet ihr eventuell mit in die Kalkulation reinnehmen. Wir schauen uns jetzt mal die Zahlen genauer an und da ist aber der Winter jetzt nicht dabei. Das ist nur die Sommersaison oder Frühjahr, Sommer, Herbst. Also das waren ja eben gesagt 49 Nächte. Davon sind 31 Nächte zu 80 Euro kalkuliert. Das sind dann die Ferienzeiten. Also das sind 31 Nächte, 80 Euro, 2480 Euro, die ihr ausgezahlt bekommt. Und das sind 18 Nächte, die dazukommen mit 68 Euro, 1224 Euro. Das sind die Nächte oder die Vermietung in der Nebenzeit, also zwischen den Ferien, die Wochen und Monate. Das sind insgesamt 3704 Euro, die ich ja mal kalkuliert habe in dem Beispiel. Wichtig, das ist Vorsteuer und das sind auch keine Abzüge berechnet für Ausgaben, die ihr habt. Das ist jetzt das, was ihr ausgezahlt bekommt. Da habt ihr mal einen Anhaltspunkt und könnt aus der Kalkulation selber rausziehen, was findet ihr realistisch, was nicht, wo würdet ihr mehr denken und wo weniger. Und da kommt natürlich dann noch steuerliche Themen dazu und auch Themen wie irgendwelche Ausgaben und so weiter. Da mache ich mal auch ein Video dazu, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Aber das sind erstmal die Zahlen für Familien, die auf Ferienzeiten angewiesen sind. Dann schauen wir uns jetzt mal noch die Kalkulation an ohne Ferienabhängigkeit. Das heißt für Paare ohne Kinder oder Kinder schon groß aus dem Haus oder was auch immer. Also da ist natürlich die Situation eine andere, weil ich habe es vorhin schon kurz erklärt. Das sind natürlich die Ferien, die können dann ausgegeben werden. Sehr wahrscheinlich sind dann solche Leute auch nicht erpicht darauf, in den Ferien loszufahren, wo eh alles überfüllt ist. Sondern da kann man das in Ferien rausgeben und die restliche Zeit des Jahres schön selbst nutzen. Schauen wir uns mal die Zahlen näher an. Also Mietzeiten habe ich jetzt mal hier kalkuliert. Zwei Wochen im April, Ferien natürlich komplett. Dann 1 Mai, 1 Juni, 2 im Juli, das sind die Sommerferien schon. Und 4 im August, Sommerferien, also das sind die sechs Wochen. 1 im September, 2 im Oktober, die Ferien also wieder voll im Oktober. So, das wären dann schon ohne Wintersaison. Acht Wochen Vermietung, also 82 Nächte. Da habe ich auch wieder berücksichtigt, dass es 13 Nächte sind. 82 Nächte. Mit Wintersaison würde das nochmal ein bisschen anders aussehen. Da habe ich jetzt mal kalkuliert, zwei Wochen Dezember, zwei Wochen Januar, eine Woche Februar. Und zwar sind natürlich Dezember und Januar, also jeweils eine Woche Ferien drin. Die gebt ihr natürlich sowieso raus. Die werden sowieso genommen, weil Skiurlaub und so weiter. Dann habe ich mal noch kalkuliert, dass im Dezember irgendwann, oder von mir aus kann es auch im November sein, das ist ja dieselbe Kalkulation, Wintersaison, eine Woche rausgeht und dann im Januar oder Februar eine Woche rausgeht. Insgesamt sind das dann 5 Wochen, 32 Nächte. Insgesamt wären das dann ohne den Winter, den wir jetzt mal nicht berücksichtigen, sind das dann im Sommer, der kompletten Sommerzahl, 82 Nächte. Davon sind es 65 Nächte zu 80 Euro Auszahlung. Das sind dann 5200 Euro. Das sind die Ferienzeiten. Und 17 Nächte zu 68 Euro Auszahlung. Das sind 1156 Euro. Das sind diese dazwischenliegenden Monate. Juni, Mai und so weiter. Da kommt ihr insgesamt auf 6356 Euro Einnahmen vor Steuer und auch irgendwelche Ausgaben nicht berücksichtigt. Das bekommt ihr ausgezahlt. Winter ist nochmal extern. Da geht natürlich auch nochmal einiges, aber da muss jeder für sich selber entscheiden. Im Winter ist natürlich zu bedenken, dass die Einnahmen geringer sind. Ich habe ja vorhin auch gesagt, womit man da rechnen kann. Und natürlich sind die Ausgaben auch ein bisschen höher. Und die Abnutzung ist dann unter Umständen auch ein bisschen höher, weil natürlich ist das Mobil dann im Nassen und auf salzigen Straßen unterwegs. Und auch die Leute, die eben ein-aussteigen permanent, die sind natürlich, haben nasse Kleidung, nehmen Schnee mit rein und so weiter. Also das ist immer noch so ein bisschen zu bedenken. Aber grundsätzlich sind das die Zahlen. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen bei der Kalkulation und herauszubekommen, ob so eine Vermietung Sinn macht finanziell für ihn, ob es sich ein bisschen trägt. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Raum hoch da lasst. Und ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es viel über Tipps und Tricks, allerdings auch viel zum Thema Vermieten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.